Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verwähne für das Leben. Rachel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Um ihre Kinder, denn sie sind dahin. Jeremiah 31,15 Für jene, die der Vergebung und Heilung besonders bedürfen, lasst uns beten. Ewiger Vater, du hast deinen Sohn gesandt, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wir bitten dich für alle, die an Abtreibung, Euthanasie oder anderen Verbrechen gegen die Menschenwürde schuldig geworden sind, sowie für jene Mütter und Väter, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden. Schenke ihnen die Gnade der Umkehr und Buße. Heile ihre verwundeten Seelen und lass sie den Frieden finden, den die Welt nicht kennt. durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus erhöre uns Gott Vater vom Himmel Erbarme dich unser Gott heiliger Geist Erbarme dich unser Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott Erbarme dich unser Jesus vom Heiligen Geist empfangen Erbarme dich unser Jesus im Stall zu Bethlehem geboren Erbarme dich unser Jesus, der unsere Schuld getragen hat Erbarme dich unser Heilige Maria Bitte für uns Mutter des Erlösers Bitte für uns Mutter des Lebens Bitte für uns Mutter der Barmherzigkeit Bitte für uns Königin ohne Makel der Erbssünde empfangen Bitte für uns Königin der Familien Bitte für uns Königin des Friedens Bitte für uns Heiliger Erzengel Michael, du Sieger über die finsteren Mächte Bitte für uns Heiliger Erzengel Gabriel, du Verkünder der Menschwerdung Gottes Bitte für uns Bitte für uns Heiliger Erzengel Raphael, du Begleiter auf unseren Wegen Bitte für uns All ihr heiligen Engel Bitte für uns Bittet für uns Ihr heiligen Schutzengel Bitte für uns Heiliger Johannes der Täufer, der du im Mutterleib vom göttlichen Kind geheiligt wurdest Bitte für uns Heiliger Josef Bitte für uns Du Bräutigam der Gottesmutter Bitte für uns Du Nährvater des Sohnes Gottes Bitte für uns Du Haupt der heiligen Familie Bitte für uns Bitte für uns Du Patron aller Väter Bitte für uns Heiliger Lukas, Patron der Ärzte Bitte für uns Heiliger Paulus, Apostel des Glaubens Bitte für uns Heiliger Judas Thaddeus, Helfer in aussichtslosen Nöten Bitte für uns Ihr heiligen unschuldigen Kinder Bittet für uns Heiliger Maximus, Patron der Säuglinge Bitte für uns Heiliger Nikolaus, Patron der Kinder Bitte für uns Heiliger Don Bosco, Apostel der Jugend Bitte für uns Heilige Maria Goretti, du Märtyrerin der Reinheit Bitte für uns Bitte für uns Heiliger Agnes, Patronin der Jungen Mädchen Bitte für uns Heiliger Monika, Patronin der Ehefrauen Bitte für uns Heiliger Rita, Patronin der Familien Bitte für uns Heiliger Anna, Patronin der Schwangeren Frauen Bitte für uns Heiliger Gerard Magiella, Beistand gebärende Mütter Bitte für uns Heiliger Antonius von Padua, Patron der Alten Bitte für uns Heiliger Stanislaus, Patronin der Sterbenden Bitte für uns Heiliger Johannes von Gott, Patronin der Krankenschläger Bitte für uns Heiliger Vinzenz von Paul, Patronin der Spitäler Bitte für uns Heiliger Albert, Patronin der Wissenschaft und Forschung Bitte für uns Heiliger Maximilian Kolbe, Patronin der Medien Bitte für uns Heiliger Thomas Mochus, Patronin der Politiker Bitte für uns Heilige Therese, Patronin der Missionen Bitte für uns Selige Cianna Barretta Molla, du Märtyrerin mütterlicher Liebe Bitte für uns Selige Mutter Teresa, zu Zeugin von der Wörter jedes Menschen Bitte für uns Bitte für uns Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt Verschone uns, o Herr Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt Erbarme dich unser, o Herr Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit Und in Ewigkeit Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kind Uns allen deinen Segen gib Und in der Stunde unseres Absterbens Und in der Stunde unseres Absterbens Oh, Jesus Ich habe dich so lieb Ich will dich umben Und preisen Die ganze Ewigkeit Ich danke dir, oh Jesulein. Ich schließe dich in mein Herz hinein, oh mein Liebes Jesulein. Ich schließe dich in mein Herz hinein, oh Jesulein. Ich danke dir, oh Jesulein. Ich schließe dich in mein Herz hinein, oh mein Liebes Jesulein. Ich schließe dich in mein Herz. Ich schließe dich in mein Herz.